Moin Leute. Heute mal mit Zopf. Zur Not mal mit Zopf und ungeschminkt. Und ich bearbeite gerade ein Video von mir. Ich wollte sagen, jetzt kommt hier Gewitter. Haben sie jedenfalls angesagt, aber da irgendwie über Hamburg ist das schon. Regnet sich bestimmt wieder bei meinem Bruder aus in Hamburg. Ein Rosenbusch. Sieht gut aus, wenn der Regen da so rauf. Schön, aber die Farben sehen nur anders aus in der Kamera. Hallöchen Freunde. Bei den Crazy Movie Cats. Ich kauhe hier wieder Kaugummi wie immer. Und das ist auch nicht so schön. Ich wollte nur ein Update machen von meiner Frisur heute. Die war eben gerade beim Frisur. Und ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. Wie soll ich sagen? Eine Frisur wie ein Playmobil-Männchen. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus als in dem letzten Video mit meinen langen Haaren. Ich sah aus wie ein Zombie hing am Glockenseil. Echt, es sah aus wie eine Glocke. Oben schmal, unten weit. Total scheiße. Aber so sieht es natürlich ein bisschen besser aus und schmal am Gesicht, finde ich. Und das gefällt mir richtig gut. Hat sie gut gemacht. Sieht man das irgendwie? Ich kann das jetzt gar nicht so... Aber, ja. Die Crazy Movie Cat Frisur eben. Die mir am besten gefällt. Für mich. So, das war's. Mein Update der Frisur. Noch in meinem Urlaub. Ich bin auch gleich dran gekommen. Auf Wiedersehen.